Ich bin Mario Justacchio, Spitzenkandidat der FPÖ Graz. Aufgepasst, liebe Kinder, Schüler und Studenten! Lust auf ein Skirennen? Dann bist du bei den Schul-Ski-Meisterschaften am 13. und 14. Februar in der GAL genau richtig! Wir vom Skiclub Graz organisieren euch den Bus und alles, was zu einem fabelhaften Renntag dazugehört, inklusive raffinierten Preisen. Infos und Anmeldungen bis 6. Februar unter skiclub-graz.at. Wir freuen uns auf euch! Ich präsentiert von der Antenne. Wollfühlen tue ich mich nicht erst in meinem Zimmer.